Und es ist soweit der hundertste Aufruf, meine Damen und Herren, für meinen Kanal, JT-Kobo 13. Ich möchte vielen Leuten danken, aber am meisten meinem lieben Freund Heinz Gunther, der auch einen super tollen Kanal hat, könnt ihr auch abonnieren, hat wirklich tolle Videos hochgeladen. Und natürlich möchte ich euch danken, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, dass ihr so toll meine Videos geguckt habt. Und noch dazu als Special werde ich heute noch ein Lego Video hochladen, wird wirklich eine tolle Sache, ihr könnt es euch angucken unter meinem Kanal, bis dann, tschüss.